So, hier seht ihr ein normales Doppelzimmer im LTI Camilia Selin. Ein 5 Sterne Premium Hotel, ein LTI Hotel. Hier ist super schön eingerichtet. Kann man ein bisschen mit Rio Palace vergleichen. Gefällt uns sehr gut. Kleine Sitzecke. Hier Blick zum Strand. Haben wir hier raus. Draußen hat man auch eine schöne Sitzecke, wo man sitzen kann. Und alles wunderbar beleuchtet. Traumhaft schön. Tolle Bilder. Badewanne. Hier haben wir Flatscreen. Wir haben die Minibar. Die ist inklusive. Hat uns der liebe Fortier gesagt. Es sind zwar bloß 2 Bier drin. Ein bisschen Limo. Ein bisschen Wasser. Und ein paar Multifizions. Safe ist auch inklusive. Hallo Matthias, wie gefällt dir das Zimmer? Mir gefällt das Zimmer wunderbar. Das einzige was ist, es gibt kein Wein und kein Sekt. Das heißt, ich muss wegen jedem Sekt und jedem Wein nach unten laufen. Hauptsache Bier für die Männer ist. Hauptsache das ist dabei. Hier, ganz toll. Alles mit drin dabei. Ganz toll eingerichtet. Wasserschrauben. Und hier seht ihr schön. Und die Badewanne mit Dusche in Verbindung. Ich bin der Hubert. Ich werde euch durch das ganze Hotel führen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit meinen Videos. Unten einfach auf Gefällt mir drücken. Und ihr seht alle weiteren. Ich werde euch die komplette Anlage. Siede, Kumkö, Kolakli. Wir werden euch alles zeigen. Und wir werden noch weitere Hotels besichtigen, dass ihr dann alles schön seht. Bis bald. Tschüss. Wir gehen jetzt erst mal essen. Wir haben 22 Uhr. Und dann müssen wir ins Nachbarhotel. Gibt es nämlich bis 0 Uhr gibt es da lecker essen. Tschüss.